Oh, hier steht ein riesen Marker. Siehst du den? Ne. Was? Ja? Oh, ja. Doch. Ah, ja, sehe ich auch. Oh, verdammt. Hier hinten? Energiestörung. Boah, ja, ist doch okay. Alter. Ich will ja nicht. Heilung. 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 Nein, ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Mach uns vollkommen. Mach uns vollkommen. Ich bin hier. Mach uns vollkommen. Ich komme hier nicht raus. Die. Das ist nämlich auch von einem und dann komme ich hier nicht mehr raus. Das ist ja überleben, ja. Überleben siehst du, ja? Also ich sehe meins hier drinnen. Ja, ja. Das ist das gleiche wie hier drauf, weil du hast ja fast tot gewesen. Bei der Hälfte? Ja, ja, ja. Kann dir nicht abschießen, ne? Ja, rot. Ganz rot. Ganz rot, ja. Kann auch gerade nichts machen hier. Ich muss mich jetzt echt hier mit den Fäusten freikämpfen, ne? Das bin ich jetzt dahinter. Jetzt haben sie mich angesprungen. Verdammt. Jetzt ist vorbei. Angesprungen. Ist. Die kesseln mich dann irgendwann ein und dann komme ich nicht mehr weiter und ich kann mit der Waffe nicht so weiter runter zielen und treten trifft sie nicht immer. Boxen bist du zu groß. Auf jeden Fall will meine Frau, dass ich einer von ihnen werde. Jetzt bin ich glaube ich draußen gestorben, kann das sein? Ne, ich bin gestorben. Er ist direkt von mir runtergefallen, ich war gerade am Nachladen gewesen tot. Apropos noch mal. Dinger da drin halten zwar nichts aus, aber sie sind halt in Massen, ne? Wie die, wie diese kleinen schwarzen und die weißen Dinger. Wo trügerst du das eigentlich, was sehr mit dem Bank da? Ja, da. Okay. Wo müssen wir denn hin? Ja lass dich, lass dich doch mal in Ruhe jetzt. Es ist Zeit Opfer zu bringen, John. Zeit, deinen Platz bei uns einzunehmen. Nein! Die Mark haben dich geholt, du bist nicht Amera. Mach uns vollkommen! Ich bin nach draußen dran. Mach uns vollkommen! Mach uns vollkommen! Ich bin nach draußen dran. Ich war auch eben Back gewesen, weil ich hab keine neuen Feinde gekriegt. Mach uns vollkommen! Ich hatte fast alle abgeschossen. Mach uns vollkommen! Dann kam auch keine neue mehr. Oh, jetzt hat mich wieder einer abgesprungen. Kannst du die nicht, wie hier draußen mit E abwerfen? Ich will mich einmal anspringen. Wie gesagt, manchmal kesseln die mich ein und stehen die da, ja die vierte fünf Minuten um mich drum herum und dann wird nichts passiert. Und manchmal springen sie mich einfach an, dann bin ich weg. Ah, das ist ja unerfreulich. Ich probiere die immer mit dem kleinen MG auf Abstand zu halten, aber ja. Sobald du da halt nachhältst, ist es halt vorbei. Kannst du dich mal bitte hier hinstellen? Ja, kann ich. Ne, sobald ich dann den Marker an. Nee, ist vorbei. Ich bin schon drin. Sechseinhalbstunden später. So, dann wollen wir das jetzt nochmal probieren. In der Hoffnung, das funktioniert jetzt. Dann leg mal los. Genau, da ist das. Von der Stelle her gut, wo du da stehst. Natürlich, jetzt gebe ich einfach alles. Ich dachte ja, natürlich, jetzt gebe ich einfach alles. Gibt einfach alles. Ich wollte einfach den Scheiß Marco über den Haufen. Der Leben reicht, um unsere Familie vollkommen zu machen. Probier das auf jeden Fall mal aus, ne. Vielleicht geht das mal an endlich. Mach uns vollkommen. Das ist ein bisschen mit kleinen Viechern abhängig. Mach uns vollkommen. Mach uns vollkommen. Leben, Achtung. Trotz hat man den Raketenwerfer ja nicht, ne. Na. Mach's doch nicht umsonst, Mann. Da drin ist so laut. Ja, mach's leiser. Spielen. Oh Mann ey, jedes Mal diesen Kontrollpunkt erstmal in Medizin nehmen. Aufmunitionieren. Katastrophe. Ja. Sag ich doch. Blick los. Spielen. Ja, scheiße. Woher standst du irgendwie immer besser? Direkt an der Treppe. Ja. Es wird Zeit, Opfer zu bringen, John. Ja, kommt dazu nicht rein. Sehr oft wie ich mich da eine Halotiner ist und warum soll ich da die Arbeit haben? Seh ich nicht. Da gibt's für mich keinen Sinn. Mach uns vollkommen. 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 Weck mich. Lass mich in Ruhe. Ich will hier raus. Ja. 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 Er bricht zusammen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Bist wieder da? Uh. Und auch da. Ja. Bist wieder da? Spät, was ich begonnen habe. Okay. Das muss jetzt aufhören, Mann. Nicht bevor wir die Marker stoppen. Der einzige Grund, warum ich noch lebe, ist der, um meinem scheiß Leben einen Sinn zu geben. Okay. Überleg mir gerade. Überleg mir gerade, vielleicht hätte das auch funktioniert, wenn ich hier auf den geschossen hätte, weil das ist der gleiche. Weil ich hier dadurch helfen könnte. Ja. Der sieht auch ein bisschen zerstörter aus als vorher. Ja. Genau. Deswegen kam ich gerade drauf. Ich habe keinen Medikates mehr drin verbracht. Okay. Wo kommen wir hier hin? Warte mal. Ach ne. Ja. Da hinten. Erstmal an die Truhe da. Gut. Ist das keine Medikates mehr? Ist gut. Weil jetzt kannst du hier das gleich aufnehmen. Ich glaube ich habe auch kaum noch Munition. Medikates Mittel. Sehr gut. Zwei Clip einschaden. Das ist gut. Das ist gut. So kommen wir langsam wirklich noch die guten Teile. Munitionskiste. Geil ist wahrscheinlich immer so ein Munitionssammler-Ding gedöhnt. Bank. 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 Das hat sich auf jeden Fall genommen. drei Sucher-Bots am Start. Läuft. Oh. Ich weiß, das sieht immer voll wenig aus, was sie mitbringen. Das sieht immer voll wenig aus, was sie mitbringen. Das sieht immer voll wenig aus, was sie mitbringen. um eine Medikates herzustellen. Munition und Leben. Ich brauche alles. Ja. Ich muss es beenden. Ich muss es beenden. Was ich begonnen habe. Okay. Das muss jetzt aufhören, Mann. Nicht bevor wir die Marker stoppen. Was bereitet man vor, Junge. Warum ich noch lebe, ist der, um meinem scheiß Leben einen Sinn zu geben. So. Action zu gehen, Junge. Action. Action. Kommen Sie. Verschwinden Sie. Fortrollen. Action. Hammern. T-Bagging. T-Bagging. T-Bagging-Action. T-Bagging-Action. Auf geht's. Machen wir erstmal wieder eine halbe Stunde aus der Möhre raus. Haben Sie gefunden, wonach Sie gesucht haben? Vor einer Weile haben Sie mich gefragt, ob ich wüsste, warum ich das mache. Warum ich zu diesem scheiß Planeten kam. Jetzt weiß ich's. Es gibt einen Preis für das, was ich getan habe, Isaac. Und ich werde dafür sorgen, dass er bezahlt wird. Biss der Aufzug. Aufzug. Aufzug Land oder was? Jaja. Das ist das, ähm, dafür wurde dieser Planeten auch ausgezeichnet. Die Station, die hier gebaut worden ist, wurde mit so vielen Aufzügen gebaut, wie keine andere auf dem ganzen Universum. Also eigentlich besteht der Planeten aus Aufzügen. Aus Aufzügen. Aus Aufzügen. Ja. Aus Aufzügen. Ja. Ja. Ja, genau. Jetzt müssen wir jetzt, äh, links rum. The Lift Life of Lift Planet. Oh je. Prost Arena. Ach ne. Ach ne. Da geht's ja tot. Was ist los? Ich glaub, das sind die Dinger, die wieder um die Ecke gucken und dann auf uns zustimmen. Ja. Ich glaub auch. Ja, ich glaub auch. Sind sie. Ähm, Leute? Wo komm er denn her? Ähm, Leute? Was ist hier los? Wo kommt sie her? Von oben kommen die, von über die Dinger gesprungen. Seit wann das denn? Keine Ahnung. Sie sind von Unfair. Könnt ihr sich bitte daran halten, wie sie vorher reagiert haben? Oh Mann. Na schön. Ich könnte so nicht arbeiten. Ja, immer diese Neuerung. Schrecklich, ne? Achso, wir müssen jetzt mal hin. Ich bin ja schon voll in lauer Stellung. Na? Komm, Kollege. Nee, von links kam der andere. Da. Die Puppgang ist scheiße. Wo ist er hin? Ja, ja, da. Da legt er doch. Ich würde mich tun. Boah. Ach so, da kann ich nicht ganz viel. Ich würde gerade sagen, ich brauche leben. Oh, alter. Es ist schlecht geworden. Ich bin ja auch dabei. Ich kämpfe noch. Auch. Er hat mir, er hat mir das habt. Ach so. Die ganze Coole Clips hier. Wie glaubst du auch nicht? Und der hat aber mit seinem Kopf meinen Kopf zutrocknet. Oh Mann. Muss halt auch mal alles sehen. Muss halt mal alles sehen. Das wird grad immer schlechter einfach hier alles. Es ist Zeit. Zeit für ein Duell. Kommt her hier. Lause. Mir ist egal, der kommt. Kommt doch einfach her. Ja, auch soweit grad dich gucken. Ja. Warten wir nach. Bist du fertig bist. Ich geh mal triggern. Also, mir fertig. Kommt schon. Du bist los um die Ecke. Hups. Lange wie du nicht sagst. Hups, Hups. Ist alles okay. Ich geh mal auf den Ecke. Oh, 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 oh. Der kommt doch grad im DLK. Oh. Ah! Okay, jetzt ein Medikit gibt ja. Super. Okay. Sieht gut aus. Safe. Aber treut sich nicht mehr. Aber treut sich nicht mehr. Aber hat jetzt auch gar nichts mehr. Cover muss über Filme gucken. Aua. Muss mal lang. Ah, ja. Ich hab keinen Aufzug. Ich hab keinen Aufzug. Kein Ziel. Ja, du hast kein Ziel. Du brauchst Befehle. Lauf mir nach. Und beschütze mich. Und beschütze dich selber. Es ist so viel für Cover. Beschütze das Ziel. Zu viele Befehle. Dass ich in die Ecke und wein. Da musst du AA machen. Mach Cover beides. Come on. Multitasking. Gleichzeitig. Cover holen wir das. Warte, das ist schon wieder was prädestiniert für die Jungs hier. Sieht aber, wo wir anders sind. Das ist ja eigentlich für Steine. Die sehen so, äh. Das ist ja Eis darstellt. Aha. What? Ja, was? Geh weg. Hey, ich war zuerst dran. Ich hab zuerst geschossen. Kommt her noch. Kommt her noch. Mein, mein Ding. Eck, geh wieder hinter. Wo du herkommst. Kommt her. Kommt her. Kommt her. Ein schwarzer Oeryser. Aber ich hab mich schon aufgehalten. Rechts.